Bitte zähl mit mir! Wie zählen wir die Wale? Also mal schauen. Ich zähle die so 1, 2, 3. In dem grauen Kästchen darunter stehen jetzt die Zahlen, aber hier steht gar keine 1. Hier steht eine 2 und hier eine 4 und hier eine 5. Das ist ja völliger Quatsch. Also 1, 2, 3. Das sieht doch schon besser aus. Machen wir gleich noch eine Aufgabe. Hier gucken wir mal, wie zählen wir die Ponys? Also hier haben wir 1. Wo ist die 2? Hier ist keine 2. Die 2 kommt erst hier. Also das geht auch nicht. Wir können das am Eppon hier nicht einfach auslassen. Das ist ja dann ganz traurig. Also mal gucken. Das müsste richtig sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganz genau. Machen wir noch eine Aufgabe hier schon mal. Wie zählen wir die Mäuse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sieht total richtig aus. Gucken wir mal, was die zweite Reihe hier sagt. Die sagt 1, 2, äh, nee, keine 2. Also 1, 2, hier ist auch keine 3, hier ist nur 5. Also die nehmen wir nicht, die Antwort. Machen wir noch zwei mehr. Zähle die Eichhörnchen. Schreibe die fehlenden Zahlen in die leeren Felder. Also 1, 2, 3. Da musst du da anklicken und auf dem Keyboard eine 3 eintragen. 1, 2, 3, 4. Anklicken und die 4 eintragen. 5 und checken. Alles schön. Eine letzte. Haie. Zähle die Haie. Schreibe die fehlenden Zahlen in die leeren Felder. Also 1, 2, 3. Anklicken, 3 eintragen. 1, 2, 3, 4, 5. Was kommt hier? Was kommt hier? Sag es mir schnell. 6. Genau.